So, wir haben es gesagt, es geht also wieder los und das mit einem neuen Wandel der Seitenlinie. Aber Reitmann ist eine Einschätzung vor dem Spiel und natürlich auch mit dem Herzgefühl für seit der Bundesliga-Untermiere, also Brustleiter, Brustleiter als Bründer. Hier kommt unser neuer Chefredner, hier kommt Alexander Zolliger!